Musik Wir haben hier ein System aufgebaut, was mit einer Kamera auf die Straße gerichtet ist und dort die vorbeifahrenden Autos nicht nur ziehen kann, sondern auch unterscheiden kann, ob es Personen, Autos, Trucks oder Busse sind oder sogar, wir haben auch Motorräder schon erkannt. Und das war alles in Echtzeit und das live in eine Cloud überträgt und grafisch darstellt. Und dazu haben wir hier unseren Kameradummy, weil wir die Hardware zweimal zur Verfügung hatten, aufgebaut und haben hier ein wetterfestes Gehäuse mit Aluminiumdeckel gebaut. Und ja, das ist unser Projekt gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.